Hallo, da bin ich wieder. Heute vom Panorama-Bad in Lermos, wo kleine und große Wasserraten voll auf ihre Kosten kommen. Für alle Slalom-Spezialisten gibt es eine 46 Meter lange Kurvenrutsche. Und im großen Becken kannst du genüsslich deine Längen ziehen. Die Lermos-Karmelbuckel sind genau richtig für unsere Speedfans. Einen wunderbaren Ausblick genießen auch unsere Sonnenambeter. Und das Ganze täglich mit dem Z-Ticket.